Mit Freuden ernten Erfahrungen in Lebenskrisen Von Beate und Winrichs Chefbuch Die heutige Erzählung trägt die Überschrift Als Corrie ten Boom unter den Nazis ihre Angehörigen verlor Es gibt keine Tiefe, in der die Liebe von Jesus nicht noch tiefer wäre Eigentlich hieß sie Cornelia, auch wenn alle nur Corrie zu ihr sagten 1892 war sie geboren Mit ihrem alten Vater Caspar ten Boom und ihrer Schwester Betsy lebte sie in einem typisch holländischen Haus in Haarlem Die Mutter war schon gestorben Unten im Haus war die kleine Uhrmacherwerkstatt Dort reparierten sie die verschiedensten Uhren 1940 marschierten die deutschen Truppen in Holland ein Den Kanonendonner hörte man in der Ferne Die Telefonleitungen wurden gekappt Nach 18 Uhr durfte niemand mehr auf die Straße Nachts war alles abgedunkelt Dann kam der 28. Februar 1944 Deutsche Soldaten stürmten ins Haus der Familie ten Boom und schleppten alle Bewohner auf die Polizeiwache Obwohl Corrie krank im Bett lag, musste sie mitkommen Am nächsten Morgen wurden sie auf Lastwagen verfrachtet und ins Gefängnis gebracht Einer, der um Hilfe gebeten hatte, hatte sie verraten Das Haus der alteingesessenen Familie ten Boom in der Badeljuristrat war nicht groß Aber die Türen waren immer weit geöffnet für allerlei Gäste Eines Tages waren plötzlich Juden dagestanden, wie gescheuchte Tiere Sie baten da bleiben und untertauchen zu dürfen So wurde das Haus in Haarlem, das alle nur Beje nannten, eine Untergrundadresse Verängstigte Juden, die ihren Häschern entkommen konnten, wurden hier versteckt Schließlich waren es über 80 Juden, die für kürzere oder längere Zeit hier Aufnahme fanden Hinter einem Schrank in ihrem Haus befand sich ein verborgener Raum Bis zu acht Menschen konnten sich darin verbergen Sie nannten das Versteck Engelskasten Selbst jetzt, als die deutschen Soldaten das Haus durchsuchten, wurden die Juden nicht gefunden Nach zwei Tagen konnten sie sich selbst befreien Zu diesem Zeitpunkt war die deutsche geheime Staatspolizei abgezogen und die holländische Polizei, die der Widerstandsbewegung freundlich gesonnen war, hatte die Bewachung des Hauses übernommen Corrie ten Boom steckte man im Gefängnis zunächst in Einzelhaft Grauenvoll empfand sie die Einsamkeit in der tristen Zelle Oh Heiland, du bist bei mir, betete sie Nimm mir diese Angst weg Sie war jetzt 51 Jahre alt Als die schlimmste Strafe empfand sie, dauernd den Launen der mürrischen und gehässigen Wärterinnen ausgesetzt zu sein Die leitende Wachtmeisterin verbreitete Angst und Schrecken Sie war eiskalt, ohne jede Gefühlsregung Nach Wochen erhielt Corrie die Nachricht, dass ihr Vater nach zehntägiger Haft im Gefängnis gestorben war Endlich, frei im Himmel, dachte sie Wie oft hatte er früher gesagt Das Beste kommt noch Und auch Wenn ich im Gefängnis sterbe, wird es mir eine Ehre sein, mein Leben für das auserwählte Volk eingesetzt zu haben An ihre Zellenwand schrieb sie Nicht verloren, nur vorangegangen Immer und immer wieder wurde sie verhört Früher an Freiheit hatten sie das oft geübt, darauf Acht zu geben, keinen Namen zu verraten Ein hoher Offizier horchte auf, als sie von der Liebe Jesu sprach Beim Herrn Jesus gelten andere Maßstäbe Er liebte das Verlorene und Verachtete Alles, was klein, schwach und arm ist Vielleicht ist in den Augen Jesu ein Schwachsinniger mehr wert als sie oder ich Am nächsten Tag kam der deutsche Offizier wieder Er hatte nicht schlafen können Er wollte mehr von Jesus wissen Jetzt konnte Corrie ten Boom erzählen Jesus Christus ist das Licht, das in die Welt gekommen ist, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht in der Finsternis bleibe Dann wurde sie ohne Gerichtsverfahren in das Konzentrationslager Furcht verfrachtet Machen Sie sich zum Abtransport fertig, hieß es Kommando Alle Habseligkeiten wurden ihr abgenommen, außer ihrer Bibel Die hatte sie in einem Kleid versteckt und wurde nicht entdeckt Unterwegs traf sie unter den anderen Gefangenen ihrer Schwester Betsy wieder Endlich, nach vier Monaten waren sie wieder vereint Die grausame Einzelhaft war zu Ende Im Schlafsaal der Baracke im Konzentrationslager waren sie mit 120 anderen Gefangenen zusammengepfercht Der Arbeitstag war lang und hart Alles war trostlos Eine junge Jüdin bat Können sie mich trösten? Ich fürchte mich so Betsy betete mit ihr Und plötzlich merkten sie, dass dies ihre neue Aufgabe in diesem schrecklichen Lager sein würde Sie sollten das schwere Leid und die vielen Sorgen der anderen teilen und auf sich nehmen Und dann durften sie von dem Reichtum ihres Glaubens austeilen Als schon der Kanonendonner der Invasionstruppen zu hören war, mussten im benachbarten Lager hinter dem Stacheldraht die Männer antreten Namen wurden aufgerufen Viele marschierten zum Tor hinaus Es wurde tot und still Dann hörte man Schüsse Jeder Schuss bedeutete das Ende des Lebens eines mutigen Holländers Verzweiflung packte die Frauen Niemand sprach ein Wort Wenig später wurde das Lager Frucht aufgelöst Corrie und Betsy den Boom wurden in das Konzentrationslager Ravensbrück nach Deutschland verschleppt Jetzt, da Holland bald befreit sein würde, mussten sie noch weiter ins Feindesland hinein Viele dieser deportierten Gefangenen sollten nie mehr die Heimat sehen Im Viehwagen, der sie mit 80 anderen Häftlingen transportierte, war die Luft zum Ersticken Die Wände, der Boden, alles war schmutzig Drei Tage waren sie darin eingesperrt Sie litten qualvollen Durst Bis endlich auf einer Station ein Eimer Wasser gereicht wurde Die erste Nacht im Lager mussten sie im Freien auf dem Boden schlafen Es ist wie in einer schwierigen Schulstunde Sagte Corrie den Boom zu ihrer Schwester Die Lektionen sind schwer Aber Jesus ist der Lehrer Er wird uns helfen Mit seiner Hilfe wird es uns gelingen Wenn wir uns nur ihm ganz hingeben und von ihm führen lassen Dann standen sie in langer Schlange vor dem Duschraum Alle Kleider wurden ihnen abgenommen Herr, wenn du von uns dies Opfer verlangst, betete Corrie Dann gib du uns die Kraft, es durchzubringen Es war entwürdigend, vor den Wachsoldaten nackt dazustehen Später im Winter mussten sie wieder lange unbekleidet im Gang stehen Corrie fühlte sich elend, erniedrigt und sinnlos gequält Da wurde ihr plötzlich bewusst Wie Jesus nackt am Kreuz hing Wie muss der Sohn Gottes gelitten haben Dessen Heimat beim Vater im Himmel ist Er hat für mich gelitten Deshalb steht auch mir der Himmel offen Er hat den Weg für mich freigemacht Jetzt kam eine Ruhe über Corrie ten Boom Sie konnte beten Ich danke dir für dein Leben auf Golgatha Hilf mir, dass ich standhalte und mein Kreuz auf mich nehme Wie du dein Kreuz für mich getragen hast Gib du mir die Kraft dazu Die irdische Qual wird in nichts zerrinnen Wenn die himmlische Seligkeit für uns anbricht Immer wieder musste Corrie ten Boom an das Leiden von Christus denken Wenn sie das Schreien der Gequälten hörte Das Schlagen der Hiebe mit den geschwungenen Riemen Das Gekreische des Wachpersonals Das Schluchzen der Gefangenen All das machte Ravensbrück zur Hölle Berichtete sie später Und auch Jesus hat einst solche Geräusche mit anhören müssen Er, dessen Ohren die Klänge der himmlischen Musik gewöhnt waren Wie gewaltig muss seine Liebe zu uns gewesen sein Dass er für uns dieses Opfer gebracht hat Erst später wurde Corrie ten Boom bewusst Wie sie im KZ reich gesegnet wurde Nicht nur, weil sie das Leiden von Jesus und seine Liebe neu begreifen durfte Ich lerne, mich unter allen Umständen nicht auf die eigene Kraft zu verlassen Sondern wie ein Kind alles mit Jesus zu besprechen Der Sieger ist über alle Schwierigkeiten Ich sehe immer besser meine eigene Kleinheit und seine Größe Und fühle, wie ich geläutert werde und wie mir neue Kraft geschenkt wird Als sie ein gequältes, schwachsinniges Mädchen in einer Baracke sah Schrecklich abgemagert Konnte sie angesichts dieses Elends nur noch die Bibel nehmen Und in der Offenbarung des Johannes lesen Wie Gott einmal alle Tränen abwischen Und kein Leid und kein Schmerz mehr sein wird Auch wenn sie viel nicht begreifen konnte Verstand sie doch Was da geschrieben steht, ist die Wahrheit Gott irrt sich niemals Er sieht den Kummer und das unermessliche Leid Und verlangt, dass man sich ihm anvertraut Er nimmt alles in seine Vaterhand Und wir sollen es dort lassen Ich bin nicht dazu berufen, das Leid und die Sorgen der ganzen Um mich umringenden Welt zu tragen Wenn ich das tun wollte, würde ich rettungslos untergehen Ich lerne hier beten Beten ist, alles was uns bedrückt und beschwert zum Herrn bringen Den Koffer voller Sorgen auspacken und ohne Gepäck weitergehen Heute aber bin ich dumm Ich packe meine Sorgen wieder ein Und nach dem Gebet ist der Koffer fast doppelt so schwer wie vorher Ich bete, Herr, lehre mich meine Bekümmernisse auf dich zu werfen Und den Koffer leer weiterzutragen Dazu ist nichts Geringeres nötig als dein Geist Gib mir den, oh Herr Dann werde ich den wahren Glauben haben Ich werde so fest glauben, dass mein Koffer leer bleibt Dann starb Corrie Schwester Betsy Immer wieder war sie krank gewesen Doch trotz Fieber war sie fröhlich und zuversichtlich Nun war sie in wenigen Tagen total abgemagert Selbst als sie nicht mehr gehen konnte, musste sie zum Appell geschleppt werden Auch Sterbende müssen antreten, sagte der Kommandant Corrie traf jetzt die ganze Trauer und Verzweiflung der Einsamkeit Doch sprach sie Der Herr hat's gegeben Der Herr hat's genommen Der Name des Herrn sei gelobt Oft hatte sie es sterbenden Mitgefangenen zugesprochen Für diejenigen, die dem Heiland angehören Ist der Tod keine Grube, in die man hineinfällt Sondern ein Tunnel, durch welchen man in die Herrlichkeit des Himmels eingeht Der Zweck unseres Lebens liegt nicht in der kurzen Zeit Zwischen unserer Geburt und dem Tod Unsere Bestimmung ist der Himmel Am 31. Dezember 1944 Als sie schwere Winterkälte einbrach Wurde Corrie ten Boom aus dem KZ Ravensbrück entlassen Krank und ausgemergelt Mit dem Ende des Krieges begann die neue Aufgabe für die 53-jährige Corrie ten Boom Sie hatte ihr Leben zurückgewonnen Jetzt bezeichnete sie sich selbst als Vagabund für den Herrn In aller Welt wollte sie verkünden, wie Jesus in diesen dunklen Tagen immer bei ihr war Jesus ist Sieger 33 Jahre war sie unermüdlich unterwegs In 64 Ländern Am liebsten besuchte sie Menschen in großer Not Auch in den kommunistischen Ländern Sie sprach unverkrampft und fröhlich in vielen berüchtigten Gefängnissen vor verbitterten Menschen mit verhärtetem Herzen Und immer erzählte sie ganz anschaulich und praktisch von der großen Liebe Gottes Die ohne Ende ist Das hatte sie dort im KZ mit ihrer sterbenden Schwester Betsy gelernt Kein Abgrund ist so tief, dass die Liebe Christi nicht noch tiefer wäre Trübsal und Bedrängnis, Hunger, Nacktheit und Angst Nichts kann uns von der Liebe Gottes in Christus trennen Durch Jesus sind wir Sieger Auch über Schwierigkeiten, die uns noch bevorstehen Es war im Jahr 1947 Nach ihrem Vortrag in einer Kirche in München Da kam ein kahlköpfiger Mann auf sie zu Langsam erinnerte sie sich wieder Es war einer jener KZ-Schergen von Ravensbrück Mit dem Totenkopf auf der Uniform und der Lederpeitsche am Gürtel Jetzt reicht der Corrie ten Boom die Hand Das war eine wunderbare Botschaft Wie gut ist es, wie sie sagten Dass alle unsere Sünden auf dem Grund des Meeres liegen Bald nach dem Krieg war er Christ geworden Es waren schreckliche Sekunden, wie er die Hand ausstreckte Corrie ten Boom kam es vor, als ob es Stunden wären Ihre Hände waren wie gelähmt Eiskalt Sie nestelte an ihrem Geldbeutel Die furchtbaren Bilder hatte sie vor Augen Und die Erinnerungen an ihre tote Schwester Sie musste ihm die Hand reichen, das wusste sie Über Vergebung hatte sie ja so eindringlich in ihrem Vortrag gesprochen Sonst könnte ihr Jesus auch nicht ihre Sünden vergeben Aber nun schaffte sie es einfach nicht, diesem Mann die Hand zu reichen Jesus, hilf mir, betete sie stillen In dem Augenblick wusste sie, dass Vergeben nichts mit Gefühlen zu tun hat Sondern allein mit dem Willen Ihr Arm war gefühllos wie Holz, erzählte sie später, als sie die ausgestreckte Hand fasste Aber in dem Augenblick ergriff sie Liebe Sie konnte sagen, ich vergebe ihnen Und sie begriff, wie stark Gottes Liebe ist Das wollte sie in allen Vorträgen und Büchern ganz stark herausstellen Wie schwach ihr Glauben und Leben und wie unendlich stark die Kraft und der Sieg Jesu ist Wegsehen von sich selbst, dazu rief sie immer wieder auf Unvergessen bleibt ihr oft benutztes Bild Ich sah auf Jesus und die Taube des Friedens flog in mein Herz Ich sah auf die Taube des Friedens und sie flog weg Wenn wir auf uns selbst sehen, können wir nicht vom Herrn gebraucht werden Aber wenn wir zu Jesus aufschauen, macht er uns zu seinem Spiegel Wir haben kein Nicht in uns selbst, wir sind Monde, keine Sonnen Wichtig ist, dass wir weg von uns und hin zu ihm blicken Am 15. April 1983 starb Corrie ten Boom an ihrem 91. Geburtstag in den USA, wohin sie sechs Jahre vorher übergesiedelt war Durch mehrere Schlaganfälle konnte sie nicht mehr sprechen, nicht mehr schreiben oder lesen Meist lag sie schwach und krank in ihrem Schlafzimmer Ohne fremde Hilfe konnte sie nichts mehr tun Aber auch da wurde wahr, was sie oft gepredigt hatte In dem Tal des Todes Schatten muss doch ein Licht sein, sonst gäbe es keinen Schatten Jesus ist das Licht in diesem dunklen Tal für alle, die an ihn glauben Das Beste kommt noch Abonnenten 1-5-4 5&7 5して Platz 6 9 rio